Eigentlich funktioniert es nicht ehrlich zu sein. Ich habe mich komisch an gehört zu nehmen. Ich weiß gar nicht genau, warum es nicht möglich ist. Aber ich mache mich nicht zu hören. Ich habe mir vorhin noch ein bisschen zu verstanden. Was heißt das Buchholz damals? Oh, das ist gängig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020